Hallo zusammen, hier ist wieder Eugotti und heute geht es um ein etwas schwieriges Thema und auch ein Thema, das nur im Randbereich, gerade so wie es hier diskutiert wird, mit dem Kanal und vor allem mit dem Fitness-Teil davon zu tun hat. Aber ein Thema, wo ich das Gefühl habe, das hängt immer wieder im Raum und wird vor allem durch einige da draußen immer wieder in den Kommentaren befeuert. Und nun komme ich mal dazu, nicht zuletzt auch, weil es eigentlich mein Hobbyfeld betrifft und auch mein professionelles Feld von einst, nämlich wenn es etwas weiter über den Tellerrand der Fitnessindustrie hinausgeht, hin zu Recht, Gesetz, Philosophie und dergleichen. Schweres Thema, aber das Thema an sich dürfte euch dennoch irgendwie interessieren und zwar grundsätzlich geht es um die Moral mit dem Thema Steroiden. Moral und Steroide. Was ist daran moralisch oder unmoralisch? Und wir betrachten es jetzt von mehreren Seiten. Dennoch muss es natürlich einiges an Prologtat vorgeben, wie ihr das nun mal von mir kennt. Ich habe mir schon was bereitgestellt, das könnte durchaus ein etwas längeres Video sein. Und wer mich kennt, weiß, dass das hier kein Whisky ist. Es wird in diesem Video zwei Teile geben. Der erste ist ein allgemeiner Teil, wo ich mein Statement zu diesem Thema abgebe. Was mein Statement bedeutet, dazu kommen wir direkt danach. Ihr seht, es hat eine gewisse Struktur. Der zweite Teil ist etwas, was ich eigentlich nur ungern mache, in diesem Fall aber tue, vor allem, weil es dem auch gerecht wird, was dieser fleißige Kommentator Frank da draußen immer wieder hervorgebracht hat an Kommentaren unter den entsprechenden Videos. Ich weiß, dass er mit enormen Ehrgeiz dabei ist, aber dazu werde ich auch später noch Worte verlieren. Und warum ungern? Ich gehe natürlich sehr ungern in einzelnen Videos immer nur auf Kommentare ein, weil man verstrickt sich dadurch in Diskussionen. Und dafür ist es nun mal nicht das Forum hier. Nicht etwa, weil ich das nicht will, sondern weil es dem Thema auch einfach nicht gerecht wird. Damit kommen wir zunächst einmal zu dem grundsätzlichen Thema. Warum sage ich etwas dazu für alle da draußen, die diesen Kanal noch nicht kennen? Ihr könnt natürlich gerne abonnieren, wenn euch das Ganze hier gefällt oder auch jetzt schon mal liken. Aber warum sagt jetzt dieser Fitness-Typ, der offenkundig irgendwo eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio hat, etwas zu dem Thema Moral und führt das so weit aus? Nun ja, an dieser Stelle schon einmal vorab an all diejenigen, die so etwas leichtzüngiger kritisch da draußen sind oder leichter in die Tastaturen hauen. Ich kann euch verstehen, wenn ihr jetzt glaubt, was will der mir denn jetzt erzählen mit der Aufzählung seiner Referenzen? Heißt das, er hat Recht von vornherein, weil er diese Referenzen hat und wir nicht? Das ist natürlich nicht so gemeint. Seht es mal etwas lockerer so, wenn ein Arzt euch etwas erzählt oder ein Rechtsanwalt hier auf YouTube. Dann ist es doch eigentlich nur ganz berechtigt, wenn er dir erst mal sagt, warum er überhaupt das Recht hat, darüber zu sprechen, was Recht ist oder warum er ein Arzt ist. Das heißt, ihr wollt doch eigentlich eine Referenz wissen, warum euch dieser Arzt, dieser Mediziner etwas in dem Bereich erzählt, denn sonst könnte ja jeder kommen. Nur deswegen tue ich das, damit jetzt nicht Leute einfach nur denken, hey, wieso erzählt der mir etwas? Vielleicht ist das ganz interessant vom Background. Es muss allerdings auch dazu gesagt werden, es ist schon ein wenig apologetisch, weil ich damit auch ein wenig vorwegnehmen möchte, dass ich mich nicht mit jedem Einzelkommentar hier eben auseinandersetzen kann, da ich das schon seit über 20 Jahren auf einem gewissen Niveau mache und deswegen auch ganz einfach einen gewissen Anspruch daran habe. Aber gut, bitte nehmt mir das Ganze hier also nicht übel oder versteht es falsch, bekommt es in den falschen Kanal. Deswegen sage ich das. Ich erzähle jetzt etwas dazu, denn ich habe eins schon im Abitur, mich für Philosophie sehr viel interessiert, sehr viel dazu geschrieben. Danach im Studium das Ganze vertieft und fünf Jahre an der Heinrich-Heine-Universität. Philosophie mit dem Schwerpunkt auf Handlungsethik und darin Staat, Staatsethik, Staat und Moral, Gesetze und Moral mich spezifiziert und auch allerdings auf Religion und Religion und Ethik. Das waren meine absoluten Schwerpunkte darin. Darin gab es auch sehr viel, was ich geschrieben habe, sehr viel Schriften, Romanversuche und dergleichen, bis hin zu sogar einem Donnerstagskreis an Dozenten, die sich mit mir als jemand, der nur von der Studentenseite kam, immer wieder getroffen haben, um über solche Themen zu reden, weil auch ein gewisses Talent von meiner Seite da war. Muss ich an dieser Stelle mal einfach sagen, genauso wie man zugeben kann, ja, ich habe einen guten Bizeps, hat das eigentlich damals ganz gut funktioniert und gefruchtet. An dieser Stelle schöne Grüße an Herrn Dr. Hallig. Und weil ich mich eben schon seitdem auch weiterhin damit beschäftige und das auf einem sehr hohen Niveau, glaube ich, dass ich zumindest eine Meinung kundtun kann, die da draußen Leute interessieren kann. Wenn aber nicht, damit will ich nicht sagen, eure Meinung ist schlechter. Nur damit das definitiv geklärt ist. Wie gerade schon erwähnt, kann man diesem Thema grundsätzlich moralischen, philosophischen Diskursen nicht gerecht werden mit einem Video, denn es zeigt nur eine Meinung und alle anderen können nichts dazu sagen. Dann brennt es einem immer und das kann ich verstehen. Wenn ihr wiederum dann in die Kommentare haut und so fleißig wart und diesen Frust freien Lauf lasst oder nicht nur Frust, sondern sehr konstruktiv etwas dazu beitragt, ist das wiederum nicht das richtige Forum dafür. Weil auch ich kann einfach nicht dem gerecht werden und dann auf diese ganzen Kommentare wieder etwas antworten. Und ihr kennt dieses frustrierende Gefühl, wenn ihr eigentlich, wenn es bei euch schon brennt, aber ihr wisst, ihr verlauft euch jetzt in den Kommentaren, man versteht den anderen sowieso nicht. Und ich muss dazu sagen, es kommt noch eine Ebene höher dazu. Ich habe das schon alles durchgekaut. Und das, was ich hier sage, ist nicht etwa mit der Bescheidenheit vorgetragen. Hier ist meine ganz persönliche Meinung, aber es kann auch sein, dass ihr recht habt. Ich gehe davon aus, dass das, was ich hier erschlossen habe innerhalb von 20 Jahren plus des Studiums und plus eines gewissen Talents darin, dass das schon etwas mehr wiegt. Aber auch das ist euch überlassen, ob das jetzt heißt, ihr seid schlechtere Menschen oder eure Meinung zählt nicht. Damit möchte ich nur eine Haltung von mir wiedergeben. Ich weiß, wie professionell ich das bereits schon gemacht habe und kann deswegen nicht auf jeden einzelnen Kommentar im Internet eingehen, der einfach nur sagt, sehe ich anders, warum soll das so sein? Da versteht ihr, dass der Frust natürlich irgendwann groß ist. Einerseits möchte man ihm gerecht werden, ja, es brennt mir immer wieder unter den Nägeln, aber man kann dem einfach nicht nachkommen, erst recht zeitlich nicht. Das mal vorhergesagt, so jetzt hatten wir ganz viel Prolog und es ist schon fast Stoff für ein Video gewesen. Da seht ihr, wie lange das dauern kann. Und jetzt steigen wir mal direkt ein. Zunächst einmal mit dem ersten Teil eben. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, falls ihr euch wundert, dass ich mal drauf schaue, weil es eben so komplex ist, damit ich bloß nichts vergesse. Zunächst einmal allgemein zu dem Thema Steroide beziehungsweise Doping und Recht, Gesetz und vor allem Moral. Ganz wichtig ist, das zu unterscheiden. Recht und Gesetz ist was ganz anderes als Moral. Es kann Graubereiche haben, weil oft ein Gesetz natürlich nach moralischen Prinzipien gemacht und gemeißelt werden sollte. Allerdings ist hier die pragmatische Komponente ganz entscheidend, weil wir hier in einem gesellschaftlichen Zusammenleben nun mal das Ganze erschließen müssen. Und da geht es nicht immer mit Moral zu. Aber auch dazu kommen wir später. Aber das ist schon ein Thema für ein eigenes Buch. Nun ja, hier müssen wir zunächst mal unterscheiden in einem ersten Punkt zwischen Fairness und Moral. Denn das geht oftmals durcheinander. Viele fühlen sich einfach unfair behandelt, wenn sie dem Vergleich ausstehen, ob jetzt als Privatperson draußen in der Stadt den Vergleich zu einem, der nachhilft und Steroide nimmt. Und dazu sieht man ihn nicht mehr oder der andere gilt als derjenige, der bessere Kraftleistungen hat und so weiter. Und das findet man unfair, weil es ein unfairer Vergleich ist. Dennoch muss man hier ganz fairerweise sagen, dass es ja nun mal keine Wettbewerbssituation ist. Und deswegen ist das hier ganz eindeutig zu unterscheiden, ist es fair oder nicht fair. Und hier muss man wiederum unterscheiden, auch für den unfairen Part, gibt hier jemand etwas vor, was falsch ist. Das heißt, sagt hier jemand, hey, ich nehme gar nichts, aber nimmt was. Oder setzt er sich sogar in einem Vergleich aus, das heißt, im professionellen Vergleich, das heißt Wettkämpfe, sportliche Wettkämpfe oder dergleichen, wo ganz eindeutig klar ist, dass das hier schon unfair wäre, wenn man auf diese Weise chemisch nachhilft. Dann kann man von unfair sprechen und dann kann man auch in diesem Fall von unmoralisch sprechen. Aber das ist es eben eindeutig zu unterscheiden. Wenn man nicht in diesen Wettkampfsituationen ist und das nicht für alle offen steht, dann ist es vorerst in diesem Punkt zumindest nicht unfair und auch nicht unmoralisch dadurch. Und hier nur eine kleine Randbemerkung. Die Natur ist übrigens auch nicht fair. Allerdings kann man sie als unmoralisch bezeichnen. Nun ja, das würde voraussetzen, dass die Natur gezielt, wenn man nach diesem Moralbegriff geht, gezielt jemandem schaden möchte. Da können wir schon alle fast rhetorisch von ausgehen, das möchte sie nicht. Das heißt, die Moral ist eigentlich da, aber fair ist sie nicht. Denn manche werden mit einer Genetik geboren, das wissen wir. Die haben wir beim oberflächlichen Punkt Bodybuilding bleiben, die dazu führt, dass er explodiert, wenn er auch nur joggen geht. Und der andere, der kann keine Muskeln aufbauen, obwohl er alles beachtet. Wenn wir sogar noch ein Stück weiter gehen, es gibt Leute, die mit erheblichen körperlichen Behinderungen geboren werden und andere wiederum gesund bis zum Ende ihres Lebens bleiben, obwohl sie vielleicht sogar Kettenraucher sind. All das ist nicht fair. Aber ist es unmoralisch? Behaltet das mal im Hinterkopf, das ist eine sehr interessante Frage. Dann kommen wir schon direkt zum artverwandten Thema, gerade hier auf Fitness YouTube, und zwar zu dem Thema Lügen. Wenn hier jemand angibt, Naturalbodybuilder ist es aber nicht, dann ist es natürlich tatsächlich unmoralisch. Aber was ist hieran unmoralisch? Und das müssen wir beleuchten, weil das verwechseln auch unheimlich viele. Hier ist die Lüge das eigentlich Unmoralische. Nicht aber, dass dieser Mensch Steroide konsumiert. Und das ist ganz wichtig. Egal, was ich machen würde, wenn ich euch anlüge, ist das vielleicht das Unmoralische. Also, erheben wir mal den Anspruch, dass Lügen unmoralisch ist. Müssen wir auch voraussetzen, denn das ist nicht immer klar. Aber wenn das so ist, und ich würde euch erzählen, hey, ich habe gestern die Brust trainiert, habe das aber gar nicht gemacht, ich habe auf der Couch gelegen. Dann, und jetzt seht ihr den Vergleich mit mich dazu, ist das Lügen die unmoralische Tat. Aber der Fakt, dass ich Brust trainieren könnte, dass ich die Brust trainiert habe, dass ich überhaupt trainiert habe, ist das unmoralisch? Nein, es ist natürlich nicht unmoralisch, die Brust zu trainieren. Und jetzt füllt einfach Brust trainieren mit Steroiden. Wenn ich euch sage, nein, ich nehme keine Steroide, nehme sie aber, dann sind die Steroide selbst nicht unmoralisch. Dass ich euch aber gesagt habe, ich nehme keine, obwohl ich es tue, das ist unmoralisch. Und das ist ganz wichtig, weil das schon fast 50 bis 70 Prozent gefühlt der Leute da draußen, die auf Fitness-YouTube jemandem dafür unmoral nachsagen, eigentlich meinen, es geht um die Lüge. Und das ist natürlich nicht moralisch. Erst recht, wenn sie euch irgendwelche Sachen verkaufen wollen. Und nun kommen wir zur vielleicht größten Debatte damit. Der Leviathan. So nennen wir das in diesem Bereich, wenn sich eine Gemeinschaft zusammentut und dadurch natürlich ein Regelwerk erfindet, um dieses gemeinschaftliche Leben zu regulieren. Das hat Nachteile mit sich, weil wir plötzlich mehr Regeln haben, aber auch Vorteile, weil wir plötzlich mehr Schutz haben. Denn in der Gemeinschaft kommen wir natürlich auch schneller, weiter, höher und dergleichen. Das heißt, wir treten auf der einen Seite ein paar Regeln, Freiheiten ab und auf der anderen Seite bekommen wir mehr Verpflichtungen. Das ist etwas, das ist einfach die kleinste Staatstheorie. Jede Gemeinschaft hat so etwas und natürlich die höchsten Gemeinschaftsformen, die wir kennen, das sind die politischen Gemeinschaften, das heißt der deutsche Staat oder der tansanische Staat oder der pakistanische Staat und dergleichen. Und nun kommt die klare These, durch die gesundheitlichen Risiken, die der Steroidkonsum nach sich führt, muss das Gesundheitssystem greifen. Und das sorgt wiederum für die Missgunst zu einiger, die sagen, wir alle zahlen unseren Beitrag, um das zu machen, aber einige wenige riskieren es einfach, dass das blockiert wird. Hatten wir in den letzten drei Jahren ganz viele von diesen Leuten, Betten blockieren oder dergleichen. Oder auch, dass sie für die Leute mitzahlen. Ob durch Steuern oder durch ein Sozialsystem, durch irgendwelche Abgaben und so weiter. Und das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Feld. Und so schwierig es ist, es ist irgendwo auch eindeutig. Da muss ich leider zugeben, es ist hier nicht viel Platz für andere Meinungen, denn das ist im Konsens des wissenschaftlichen Diskurses, des philosophischen Diskurses, recht gut durch mit Argumenten, denen man eigentlich nicht entgegenkommen kann. Zunächst einmal stimmt das natürlich, die These dahinter. Das heißt, wir haben ein System geschaffen, in dem alle irgendwo einzahlen, einen gleichen Teil, und die einen den öfters brauchen und die anderen weniger. Das sieht man schon bei anderen Sachen wie Arbeitslosengeld, Hartz IV, alles was sozial im Prinzip Leistungen betrifft, aber natürlich auch dem Gesundheitssystem. Es gibt manche Leute, die zahlen ihr Leben lang ihre Versicherung, haben aber nie was. Das sind so sibirische Eichen, die einfach auch nicht mal erkältet werden. Und wenn sie mal krank sind, dann schlafen sie es einfach aus und gut ist. Andere wiederum haben schwerwiegende Krankheitsfolgen. Und da haben wir oft dann immer Mitleid, wenn das natürlich Krankheitsfolgen sind, wie Krebs und dergleichen, die man schwer berechnen kann. Wenn es aber ein bisschen berechnender ist und die Leute auch nur vermuten, der könnte selbst dran schuld sein, dann wird es zum Problem. Allerdings haben wir hier ein riesiges Problem. Und das ist der Wissenshorizont. Oftmals wissen wir nicht die kausalen Zusammenhänge, oder die kausalen Zusammenhänge werden durchbrochen durch weder die unfaire Natur. Bei manchen schlägt das Rauchen eben nieder und man bekommt Krebs und bei anderen wiederum niemals. Aber bevor wir jetzt auch darin eintauchen, noch eine Kleinigkeit vorab. Steroide sind nicht gleich Steroide. Viele verwechseln das. Unter anderem auch, habe ich das Gefühl, der Kommentator, auf den ich später eingehen werde, Frank. Denn hier wird immer nur allgemein von Steroiden gesprochen. Allerdings geht das von dem Medikamentenkonsum der Steroide, nämlich Testosteron. Es ist ein Medikament tatsächlich. Und wir reden deswegen ja auch von Medikamentenmissbrauch, weil es eigentlich für etwas sehr Gutes entwickelt wurde. Und von dem Einsatz als Medikament über einen freiwilligen Einsatz, der eigentlich nicht kompensierend ist, also nicht als Medikament genutzt wird, sondern um die positiven Aspekte zu haben. Das heißt zum Beispiel bei einer TRT, den meisten von hier sollte das ein Begriff sein, das heißt, wenn jemand einfach nur eine geringe Menge an Testosteron zuführt, um einfach den Benefit zu haben, den man auch sonst hat, wenn man ständig auf dem Testosteron-Level eines 20-Jährigen ist. Dann von dort bis hin zu Steroidmonstern, die sich so sehr abschießen, dass sie schon mit 30 an einem Herzinfarkt sterben. All das gibt es. Und deswegen können wir grundsätzlich nicht eine Moral darüber kehren. Denn das ist auch eine Sache, die wir bedenken müssen. Geringe Mengen können sogar, das muss ich hier leider sagen, positiv sein. Ich bin kein Arzt. Ich gebe euch hier keine Empfehlungen. Ich nenne das, was ich quasi bisher schon von dem gehört habe und was sich aus meinem Kopf zusammenschließt. Und ja, auf ein TRT zu gehen, nicht nur ab einem gewissen Alter, kann sogar gesundheitsfördernd sein. Das ist einfach so. Damit würde ich es niemandem empfehlen. Und es gibt sicherlich auch andere Risiken. Und vor allem ist es zu unerforscht dafür, um einfach zu sagen, Och, nehme ich doch. Vor allem, wenn man nichts hat, dann ist das eigentlich sehr fraglich, warum man das machen möchte. Dennoch, wenn wir jetzt sagen, die schädigen im Gesundheitssystem, kann es sogar in diesem Fall rückläufig sein. Denn vielleicht fördern sie es sogar, indem sie das einfach nehmen, aber dadurch im Prinzip gesünder bleiben, ihr Immunsystem gestärkt wird, die Regeneration besser ist und derweil. Das gibt es alles. Kein Schönreden. Das ist ein Fakt. Aber Leute, die natürlich übertreiben, gerade in Bodybuilding-Sphären, die sind davon ausgenommen. Wenn wir also einen moralischen Hebel aus dem Gesundheitssystem machen möchten, das wir hier nun mal haben und dem wir alle zugrunde liegen, dann muss man sich vor allem fragen, wo fängt man an und wo hört man auf? Und das hier ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn hier geht es tatsächlich um eine Grenzziehung. Und die ist natürlich wenig objektiv. Was ich mit diesem Teil definitiv nicht machen möchte, ist euch meine Grenze, die ich persönlich sehe, aufbürden. Das muss jeder selbst für sich erschließen. Einzig und allein, wenn ich das jetzt hier aufzähle, ist nur, um klarzumachen, dass wer A sagt, muss auch B sagen. Dass man quasi zumindest eine wenig stringente Linienführung darin sieht, wer das als unmoralisch betrachtet, andere Dinge dann aber als moralisch hinnimmt. Das heißt, wenn ich hier die ganzen Dinge aufzähle, dann geht es nur um Konsequenz. Wenn ich schon sage, das ist unmoralisch, ist vieles andere das auch. Wenn ich aber sage, das ist durchaus moralisch und das ist moralisch okay, dann sind es die anderen Dinge auch. Zumindest muss man es einheitlich sehen und kann da nicht einfach nur sagen, weil ich gerade persönlich dagegen bin, ist es das, aber andere Dinge nicht. Und hier ganz klar, und hier ist es dann doch wiederum, wenn es einmal dieses schwierige Thema betreten ist, ziemlich eindeutig, dass es eine Scheinmoral ist. Wer behauptet, Steroide sind böse und Schaden, und dann nimmt der böse Mensch die Plätze nämlich weg im Krankenhaus und schädigt dem Sozialsystem, während es viele andere nicht tun. Die größten Beispiele immer wieder genannt werden, und das auch unter den Kommentatoren, sind natürlich der Konsum von Zigaretten und Alkohol. Und da sehen wir auch wieder, wenn wir jetzt zurückschauen auf die Gesetzeslage, hier lässt das Gesetz etwas zu, was eindeutig, und ich glaube, es gibt niemanden von euch da draußen, der noch behauptet, Zigaretten wären gar nicht schädlich, das sind nur Idioten, die das behaupten, oder auch Alkoholkonsum wäre es nicht. Und bei Alkohol haben wir es zum Beispiel ähnlich wie bei den Steroiden. Von Alkohol zu reden, dabei trinkt jemand einmal in der Woche ein Glas Wein, ist nicht das Gleiche wie jemand, der sich vielleicht jeden Tag abschießt und zum Alkoholiker wird. Fakt ist, diese beiden Dinge, der Konsum davon, fordert seit Jahrzehnten so viele Opfer und Menschen und schädigt so sehr. Und selbst das, was wir nicht sehen, weil wir reden jetzt nur über die Opfer, das heißt über die Todesopfer, das, was es schädigt, weil deswegen jemand einmal im Jahr mehr krank ist, einmal im Jahr mehr Medikamente braucht, vielleicht weil er früher Alterserscheinungen hat, weil er schon ab 50, 60 mit Gebrechen zu kämpfen hat und so weiter. Das ist alles eine riesen Schwarzziffer. Und wir wissen, dass es Zusammenhänge gibt. Jetzt könnte jemand das Argument bringen, ja, weil die Steroide zum Glück noch verboten sind und die nicht, ansonsten wäre das dabei viel schlimmer. Das weiß man aber nicht. Und ich muss ganz persönlich sagen, das bezweifle ich auch. Denn dass sich Leute freiwillig eine Nadel in den Arm schieben, um mehr Muskeln zu haben, obwohl die meisten das sogar eklig finden, das wird nicht so häufig vorkommen wie die Gesellschaftsdroge Alkohol. Also, wo ist nun die Eigenverantwortung? Ich nenne euch mal ein paar andere Beispiele. So absurd die auch klingen mögen, aber lasst sie euch mal durch den Kopf gehen. Wenn jemand wählt, einen Bürojob zu haben und in diesem Bürojob verbringt er nun mal fünf Tage die Woche und macht fleißig seine Überstunden. Dann gibt es viele, vor allem rund um den hedonistischen Lebensstil, Philosophen, die sagen würden, das ist schon unmoralisch sich selbst gegenüber. Wo ist die Work-Life-Balance? Warum macht man so etwas? Das ist unnatürlich. Es gibt viele Kritiker davon und man weiß, dass es auch ungesund ist, so viel zu sitzen. Auch seelisch ungesund. Jetzt ist das aber gesellschaftlich nicht nur anerkannt, sondern teilweise sehr positiv, wenn da der Beamte ist, der jeden Tag einfach arbeitet für sein Geld. Aber was ist, wenn der viel früher Rückenschmerzen hat, viele Therapien deswegen braucht, deswegen ebenfalls viele Dinge machen muss und viel gebrechlicher im Alltag wird, weil er das gemacht hat, seelische Probleme bekommt, weil er einfach so einen tristen Alltagsjob hat, der einfach nichts mit seinen Freuden zu tun hat. Ist es jetzt gerechtigt, per Gesetz zu sagen, den klagen wir an? Der kommt aus unserem System raus, der kriegt hier nicht das Bett im Krankenhaus. Was ist mit Menschen, die dick sind? Oh ja, auch eines der größten Themen, die immer wieder genannt werden. Es gibt nicht nur Fresssüchtige. Nein, die sind nicht alle krank. Das sind einfach Leute, die vielleicht ein bisschen dicker sind. Und was ist, wenn ihr an der Schwelle seid, wo man es einfach noch nicht erforscht hat? Was ist, wenn ihr einfach nur 12 Kilo Übergewicht habt, gar nicht fett seid, gar nicht dick seid, aber diese 12 Kilo sorgen dafür, weil er sie 20 Jahre mit euch rumtragt, dass ihr etwas schlechteres Immunsystem habt? Wissen wir nicht. Aber es ist recht wahrscheinlich, weil wir wissen, was Adipositas macht. Was ist mit demjenigen, der Basketball spielt? Verklagen? Das geht ja gar nicht. Der macht seine Knie kaputt, nachweislich. Basketball ist nicht für den menschlichen Körper geschaffen. Wer das macht, schädigt sich. Wirklich, nachweislich. Ist das jetzt ein Grund, ihn anzuklagen? Ist der unmoralisch, dieser Mensch? Was ist mit den ganzen Jobs, die vor allem Depressionen fördern scheinbar? Lehrer? Lehrer sind doch sowas von unmoralisch. Die kriegen häufig Depressionen. Irgendwas scheint mit dem Job nicht ganz richtig zu sein. Gesetzeswidrig. Und es gibt so viele Dinge, von denen wir schon wissen, dass sie nicht gut sind. Aber in der Industrie werden sie einfach noch benutzt. Das heißt, hier kommen wir jetzt schon langsam in Richtung Staatshörigkeit. Wer meint, dass die Industrie doch so fair ist, auch die Lebensmittelindustrie und dergleichen, nun ja, den möchte ich hier mal ganz salopp als naiv bezeichnen, auch wenn es hier unfair ist, weil ich eben nicht näher darauf eingehe. Warum sind wir naiv? Hast du Quellen, Angaben und so weiter? Ich glaube, jeder von euch weiß, dass es in der Lebensmittelindustrie sehr viele Stoffe gibt. Süßstoffe, Aspartam, sonst irgendwas. Selbst in Zahnpasta sind Stoffe drin, die eigentlich hochgiftig sind und zu denen es keine Langzeitstudien gibt, was daran gefährlich ist und was nicht. Es gibt mittlerweile ganz viele Scanner-Apps, die euch zeigen, welche schädlichen Bestandteile in Lebensmitteln drin sind. All das ist erlaubt. Das ist per Gesetz erlaubt. Und diejenigen, die jetzt sagen, oh nee, man muss immer treu nach dem Gesetz gehen und dann sagen ja die bösen Doper, aber so etwas hinnehmen, wo große Lobbys hinter sind, die das Ganze einfach immer wieder schönreden. Und es gibt auch Lobbyisten immer noch im Zigarettenbereich. Warum ist die Werbung dafür noch erlaubt? Warum ist es bei Alkohol erlaubt? All das ist per Gesetz erlaubt und das andere nicht. Und das ist absolut inkonsequent. Und darum geht es hier. Jetzt könnt ihr als Hardliner durchaus sagen, ja, stimme ich zu, aber ich bleibe gegen Steroid, ich bin nur auch gegen all das andere. Das soll natürlich auch nicht sein. Und es ist absolut berechtigt. Und zu guter Letzt, ein Möbelpacker. Was ist mit dem? Der wird ziemlich schnell gebrechen haben. Nach 20 Jahren in dem Job, da bleibt nicht mehr viel übrig. Wie unmoralisch ist der? Und da möchte ich mal an dieser Stelle einen deutlichen Appell an euch richten. Wenn es um staatliche Hörigkeit geht, ja, aber das ist per Gesetz doch nun mal nicht erlaubt. Und man muss doch auf die Gesetze hören. Es ist genau das Gegenteil. Moralisch seid ihr dazu verpflichtet, Gesetze immer in Frage zu stellen. Wer jetzt denkt, das wäre ein Appell, um nicht auf das Gesetz zu hören? Nein, überhaupt nicht. Genau das Gegenteil. Denn ihr seid euch selbst dadurch, durch diese Predigt, seid ihr euch selbst am meisten Rechenschaft schuldig. Heißt, wenn ihr ein Gesetz wirklich anprangert, müsst ihr Gründe haben. Für euch selbst, für andere. Und wenn diese nicht logisch sind, nicht vernünftig sind, nicht vorzutragen sind, dann passt es euch schlichtweg einfach nur nicht. Einfach nur zu sagen, ach, ich will jetzt gerade mich bereichern, also stehle ich mal. Und ich muss ja nicht auf Gesetze hören, weil ich habe ja sogar die Pflicht, diese in Frage zu stellen. Passt nicht, denn ihr werdet sehr schnell für euch darauf kommen, dass Diebstahl eigentlich nicht gut ist und nicht richtig ist. Bei anderen kommt ihr aber vielleicht dazu. Und dann einfach nur zu sagen, ja gut, aber ich muss ja trotzdem nach Gesetzen gehen, dazu gibt es keine Moral. Ganz im Gegenteil. Die meisten Philosophen sind sich da einig, die Moral ist sogar auf der anderen Seite. Ihr müsst sie immer, immer in Frage stellen, denn sonst wird sich das Staatssystem niemals verbessern können. Und wie verbessern wir es? Indem wir einfach nur nicht drauf hören und dann unser Ding machen. Auch das kritisieren manche, wie der Kommentator später. Aber dazu muss ich ganz eindeutig sagen, das ist nun mal ein Problem des Systems und des Hebels. Ich habe die ganze Zeit schon von gesellschaftlichen Hebeln gesprochen. Es wird ein System gesetzt, in dem wir reingeboren werden. Wir können uns nicht entscheiden per Vertrag. Und wer jetzt so ganz naiv einfach nur daher schmettert, ja, aber ihr könnt doch in ein anderes Land gehen. Ach, auch da gibt es Gesetze, Leute. Das ist ziemlich naiv. Oder ihr könnt es doch anfechten, ganz offiziell. Ja, das kann aber Jahre dauern und Jahre dann mit etwas unmoralischem Leben, was das persönliche Leben behindert oder was sogar schlecht ist. Warum schlecht? Glaube ich nicht an die deutschen Gesetze. Tatsächlich sind diese nicht moralisch gemacht unbedingt. Wir sind verdammt gut in Deutschland von der Gesetzeslage, muss ich sagen. Aber auch hier gibt es Lücken. Aber es gibt auch viele andere Staaten. Und seid ihr jetzt so überheblich und sagt, nee, 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 nur das deutsche Gesetz ist super, alle anderen sind natürlich schlecht. Was ist, wenn sich Gesetzessysteme unterscheiden? Von hier bis Pakistan. In der Demokratie gerne auch. Es gibt viele verschiedene Demokratien und viele verschiedene Auslegungen der Gesetze da drin. Wenn das doch so eindeutig ist und man immer gesetzeshörig sein wollte, naja, dann betrete ich eine andere Grenze und dann gibt es andere Gesetze. Dafür gibt es keine Moral. Und dann scheint es ja auch offensichtlich Raum dafür zu geben, dass sich Gesetze verbessern können, auch innerhalb einer Demokratie. Bedenkt das alles, aber auch hier wieder, ich weiß, wie weh es tut, dass das eigentlich Raum ist für ganze Bücher, die man darüber verfassen müsste. Denkt einfach gerne selbst darüber nach und ihr werdet ganz leicht zu dem gleichen Schluss kommen, dass wir einfach nicht gesetzeshörig sein dürfen. Wir akzeptieren sie, wir respektieren sie, aber Respekt bedeutet auch zu sagen, hier nicht. Ich habe es logisch ergründet, ich habe mit mehreren darüber diskutiert, ich weiß, dass es falsch ist und damit werde ich mich nicht einschränken lassen. Das ist wichtig, auch innerhalb einer Gesellschaft, aber eben mündig und nicht einfach so, weil es mir so passt. Und hier zum Schluss zu dem Hebel, lasst euch niemals instrumentalisieren, denn das nutzt jeder Staat und jeder Staat ist auch eigennützig. Ja, weil da oben gibt es nun mal Mächtige, die sich auch selbst erhalten wollen, sonst hätten wir nur Politiker, die es als Bürde sehen, aber eigentlich gar nicht Politiker sein wollen, sondern einfach führen müssen, so wie Gandhi. Aber nun ja, ihr wisst alle, dass das nicht so ist. Bevor wir zu weit in einen kritischen Bereich reingehen wollen, bleiben wir einfach an der objektiven Oberfläche, wo wir zumindest alle zustimmen können. Wir wissen, dass es Interessen da oben gibt. Ja. Und wenn das schon eh Jahre dauert und dann auch noch Kräfte nun mal dagegen wirken, dass man diese Gesetze und den Staat ändern kann, dann ist es ganz klar, dass er es in dieser Zeit ausnutzt, das als Hebel zu gestalten. Heißt, er zeigt mit dem Finger auf euch, hey, wir verurteilen hier niemanden, aber der, der da nicht mitmacht, der wird den anderen schaden, neben euch. Wisst ihr, wo es das ganz klar gibt? Beim Bund zum Beispiel. Wenn einer irgendetwas falsch macht, müssen alle Liegestütz machen. Was wird damit abgezielt? Ganz sicherlich nicht, dass es für die anderen eine Lehre ist. Denn die einzige Lehre, die bei den anderen mitkommt, die eigentlich nichts falsch gemacht haben, ist, diese Person zu hassen und sich dafür zu rächen und diese zu züchtigen. Und das ist eine Kontrollsache. Ganz klar. Lest euch die Psychologiebücher, das ist nur, um Kontrolle zu machen. Und wer von euch so hörig ist und sagt, hey, der besetzt das Bett und jetzt bin ich sauer, weil ich ja meinen Teil hier zu beitrage und der nicht, den hat man so sehr bei den Koronis bekommen, weil man ihn so sehr unter Kontrolle hat mit diesen Hebelwirkungen. Es ist nichts anderes als Terrorismus. Terrorismus ist eine psychische Hebelwirkung. Ich sage euch, tut A, ansonsten tue ich B. Eigentlich in der Logik sind die beiden Handlungen völlig losgelöst voneinander. Wenn ich also sage, entweder ihr abonniert jetzt diesen Kanal oder ich werde diesen Menschen hier einmal in die Schnauze hauen. Nun ja, dann könnte man sagen, wenn ihr nicht abonniert und ich haue ihm in die Schnauze, ihr seid schuld. Das ist moralischer Hebel. Wenn ihr aber selbst sicher seid und wisst, dass das eigentlich Blödsinn ist, dann abonniert ihr trotzdem nicht diesen Kanal und selbst wenn ich das mache, seid ihr nun mal nicht schuldig, was ein Fakt ist. Genauso funktioniert es im Terrorismus und deswegen sagen Staaten auch, wir gehen nicht auf terroristische Forderungen ein. Selbst ist das aber Terrorismus im Kleinen. Wenn ich genau das Gleiche mache, hey, du möchtest die Gesetze nicht befolgen, na gut, dann wird dein Nachbar darunter leiden. Klärt das unter euch. Es ist genau das Gleiche. So, ihr habt gesehen, da gab es schon das erste Problem, wenn man einfach so lange spricht. Und nun kommen wir zum zweiten Teil, obwohl wir hier schon ziemlich ausführlich und lange waren und doch nicht ausführlich genug. Und zwar gehe ich hier auf Frank ein. Er schreibt immer sehr kompliziert, weshalb ich fast immer jeden Kommentar von ihm erst erlauben muss, durch so viele Punkte und dergleichen. Aber er ist sehr engagiert, gerade bei dem Thema mit der Moral. Allerdings muss ich sagen, würde ich ihn als Hardliner bezeichnen, weil oftmals ich entdecke, dass da auch blinde Argumente drin sind. Aber dennoch gehe ich hier ein und ich hoffe, das wird auch eher als Zeichen des Respekts gesehen, dass ich darüber ein Video mache, obwohl die eingangs genannten Gründe natürlich da sind, dass man das nicht immer machen kann. Er hat in einem Kommentar mehrere Punkte aufgeschrieben, auf die ich nun eingehen werde und die vielleicht noch etwas ergänzend dazu für euch alle sein werden. Er schreibt hier zum Beispiel in dem Kommentar, ich finde, du verharmlost völlig zwei Dinge. Die Wirkung von Steroiden und Wachstumshormonen und die gesetzliche Lage zum Thema Doping. Zum Ersten, aber das werden wir auch in einem Kommentar gleich sehen, muss ich sagen, ich wüsste gar nicht, wo ich die Wirkung ein wenig verharmlose. Wenn, dann meinst du wahrscheinlich die Nebenwirkung, weil die Wirkung ist ganz klar exorbitant. Das macht eine Marvel-Figur aus euch. Da nennt er, ah, ein Argument, sollten wir uns an die Doping-Gesetze beschlossen von einer Mehrheit zwingend halten und so auch zum Beispiel junge Menschen vor sich selbst beschützen. Ganz klar dazu, nein, aus den bereits schon oben genannten Gründen, ich sage schon oben, aber vorher, eigentlich ist es ja vorher genannten Gründen, aus den vorher genannten Gründen, da seht ihr, das ist eben so ein bisschen der Background, wenn man da sowas meistens schreibt. Denn die Mehrheit muss natürlich immer durch den Einzelnen in Frage gestellt werden und ihr seid Teil dieser Mehrheit. Das heißt aber nicht, dass ihr euch der Mehrheit unterfügen muss. Dennoch habt ihr eine Verantwortung natürlich gegenüber euch selbst, nicht der Mehrheit nur, sondern euch selbst, das Ganze auch begründet zu tun. Und begründet bedeutet, ihr braucht schon eben rationale Argumente dafür, warum ihr das nicht macht. Das ist eine ganz wichtige Sache daraus. Aber ganz klare Sache, nein. Und vor sich selbst beschützen, nun ja, das ist Eingang eines jeden Staates oder eines jeden Macht Instruments, einer jeden Macht, die Macht über euch haben möchte, zu sagen, ich tue das für den Selbstschutz. Wenn ich euch also aus einem Land mit einem gewissen Ideal nicht rauslasse, wo ich sage, nee, wir haben hier ein gutes Land, wir wollen hier auch die Rasse schützen, das ist ganz wichtig, da draußen sind alle nämlich doof und blöd und haben eine andere Religion, eine Weltanschauung und deswegen bleibt ihr hier schön drin, dann mache ich das zu eurem Schutz, weil sonst meines Regelsystems und meiner Weltanschauung nach beschütze ich euch damit, damit ihr eben moralisch sauber bleibt. Das ist alles Blödsinn und deswegen ganz klar nein. B, stoffende Sportler können 40 Kilogramm zusätzlich unabhängig ihrer eigentlichen Genetik aufbauen, obwohl sich ihre Ernährung und Training im Vergleich zuvor gar nicht verändert hat. Ist es also auch keine Verbindung zwischen Naturalstoffen bezüglich, alles geht bei ihnen wie bei uns, über Widerstandstraining da? Da weiß ich nicht ganz, wo der Widerspruch sein soll, denn wer zweifelt das denn an? Also guckt euch mal diese Unmenschen an, die ich ständig erwähne, wie ein Markus Rühl. Es ist ja ganz klar, dass das natural nicht mal die Hälfte davon möglich ist. Also das sind ja, das sind ja außerirdische Funktionen. Es gibt teilweise Leute, die in vier Wochen so weit zunehmen, dass sie alles, alles aufgeholt haben zu mir, der seit 24 Jahren trainiert. Das geht. Innerhalb von nur ein bis drei Monaten kann das möglich sein durch dieses Wunderzeug. Keine Ahnung, wo das herkommt, dass das mal irgendwo, irgendwann bezweifelt wurde. Aber es ist ein Wundermittel, ganz klar. C. Stoffende schaden nicht nur sich selbst, sondern auch der finanziellen Allgemeinheit. Lebenslange medizinische Kosten, Diabetes, Dialyse, psychische Störung, Gefängnisaufenthalte, Strafrecht, Richtsermittlungskosten etc. Hier sind zum einen zur Hälfte viele Vorurteile bei. Denn erstens, habe ich schon erwähnt, Steroide sind nicht gleich Steroide und die meisten benutzen gar nicht diese Hardcore-Sachen. Denn wenn wir mal gucken, zumindest was Erhebungen auch von Man's Health zum Beispiel zeigen, dass teilweise in manchen Studios zwischen 50 und 70 Prozent der männlichen Leute bereits dopen. Aber wir sehen so wenig Leute, die nun mal wie Schränke rumlaufen, dann handelt es sich hier um diese TRTs, um Testosteron, dass sie ein wenig nehmen. Und dazu kenne ich keine Statistiken, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, jeder, der mit offenen Augen durch die Gegend geht, wird genau das feststellen. Und da gibt es scheinbar auch keine Suchtspirale, denn die nehmen dann nicht irgendwann mehr, denn sonst würden nur noch diese Schränke durch die Gegend laufen. Tun sie aber nicht. Und es scheint auch so zu sein, dass hier gerade bei diesen Dosen einfach nicht der wissenschaftliche Gehalt da ist, zu sagen, es ist definitiv schädigend, großschädigend. Ist es gar nicht. Und dann, wegen psychischen Störungen und dergleichen, dazu gibt es nur noch sehr wenig. Erst recht Aggression, die eigentlich nicht gesteigert wird, das hat man schon längst rausgefunden, das ist ein blödes Gerücht. Gefängnisaufenthalte deswegen, bezweifle ich auch mal sehr, die meisten sind immer noch so und dann müsste man ja auch anfangen, irgendwelche anderen Dinge zu verbieten, wie zum Beispiel Holzlatten. Denn es gibt mehr Gefängnisaufenthalte wegen Holzlatten, die man im Baumarkt kaufen kann, weil Leute damit aufeinander einschlagen, als glaube ich, wegen der psychischen Störung durch Steroidkonsum. Das sind alles ziemlich naive Argumente, muss ich dazu sagen. Und zu dem Schaden der finanziellen Allgemeinheit habe ich auch schon genannt, die Hebelfunktion nun einmal. Was müssen wir dann noch alles verbieten? Welche Jobs müssen wir verbieten? Welche Lebensausrichtung? Welche Hobbys müssen wir Basketball verbieten? Müssen wir Klettern verbieten? Müssen wir Kartfahren verbieten? Müssen wir Fett verbieten? Müssen wir Zucker verbieten? Und dergleichen. Stoffende beliefern kriminelle Strukturen, Drogendealer mit Arbeitsaufträgen. Ha, stimmt vollkommen. Also legalisieren. Das ist ja das gleiche Argument, wie es schon ständig genannt wird beim Thema Marihuana-Konsum oder dergleichen. Es wird hier immer wieder darauf verwiesen, dass das die Kriminalität fördert, weil das ja nun mal kriminell beschafft werden muss. Aber so war es auch zu Zeiten der Prohibition. Verbietet Alkohol und klar, die Leute wollen es ja trotzdem kriegen und stellen sich gegen das Gesetz. Dazu habe ich schon vorher eine ganze Menge gesagt. Aber das hier ist ja Staatshörigkeit par excellence. Die machen etwas, was Unrecht ist. Und weil du dieses Unrecht durchbrechen möchtest, wird dir dann genau das nachgesagt. Ah, weil du das durchbrichst, wirst du Kriminelle beliefern, wirst du Kriminelle, wirst du Kriminalität fördern. Ja, aber dann mach es doch nicht kriminell. Wenn ich ab heute sagen würde, dass ab jetzt blaue T-Shirts kriminell sind und ihr dann trotzdem noch ein blaues T-Shirt haben wollt, weil ihr euch dagegen hinweg setzt, weil ihr sagt, das ist doch völlig absurd, das ist doch einfach nur banal. Dann gilt das gleiche Argument. Aha, es gibt es einen Schwarzmarkt für blaue T-Shirts, also seid ihr kriminell und fördert das. E. Stoffende werden oft selbst von Konsumenten zum Dealer, weil sie finanziell und psychisch abhängig werden. Also dazu muss ich sagen, nennen mir die Statistiken, ich glaube, das sind so wenige und auch hier wieder, selbst wenn sie es werden, dann ist es nur deswegen kriminell, dass sie Dealer werden, ansonsten wäre es einfach nur, wenn ich weitere blaue T-Shirts mal besorge für andere Leute, wäre es nicht kriminell. Wenn es verboten ist, bin ich wiederum kriminell. Also es sind alles Dinge, die schon durch zehn andere Thesen wieder in Frage gestellt werden und dass das dazu führt, nun ja, das ist eine sehr oberflächliche Ansicht darauf, denn tatsächlich, ich glaube, bei den aller, 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 aller meisten Konsumenten wird es nicht in kriminelle Abgründe führen. Weil sich den Bezug auf Dauer lebenslang, sonst verlieren sie wieder 80 Prozent der aufgebauten Muskulatur, sie aktuell nicht mehr leisten können. Ja, aber auch da, das Gegenargument, so viele Stoffen, aber nur so wenige, machen das mit wirklich heftigem Medikamentenkonsum. Also insofern, ich glaube, es stirbt irgendwann wieder aus eher. Ich glaube, die Leute, die machen das zwischen 16 und 25 vielleicht, als es noch wichtig war und dann irgendwann nicht mehr, weil es eben nicht mehr so wichtig ist mit dem Körper und mit dem Stoff. Also ich glaube, das wird unterschätzt und da wir beide allerdings keine Statistik dazu haben, können wir auch wenig sagen. Aber das hier wäre eben eine Behauptung, die erstmal bewiesen werden muss. Muskeln können auch ganz von allein zum Wachstum gezwungen werden, indem man Wachstumshormone zum Beispiel für Tiere, Stiere, einem Mann mit zartem 90 Kilo Körpergewicht beständig gibt, blablabla, kann er dadurch wachsen. Okay, ja, das ist ein Wundermittel, das stimmt, das ist krass. Ja, und selbst wenn man so wachsen könnte, steigert das jetzt die Unmoral? Nein, das zeigt nur, das ist noch effizienter als gedacht, aber ich will ja keine Werbung machen und ich glaube, Frank wollte es eigentlich auch nicht, aber nun ja, dennoch hat man rausgefunden, bei Steroiden ist es so, durch Nichtstun wächst es nicht. Da er immer noch geht und die Muskulatur bewegt, kann etwas mehr kommen, aber bei weitem nicht in einem Maße, wie wenn auch nur ein naturaler ansatzweise ein paar Liegestütze macht. Aber selbst wenn, weil das so effizient ist, ist es unmoralisch, umso effizienter, desto unmoralischer, ich verstehe das Argument nicht ganz. G, ein naturaler Sportler kann maximal eine Hypertrophie erreichen, der stoffende Sportler erreicht aber sogar eine Hyperplapsplasie. Okay, auch sehr effizient. Also ganz, ganz andere Körpervorgänge, wenn die Muskelzellenfasern nicht nur dicker werden, sondern sich auf einmal teilen plus vermehren, wie im Kinderwachstum, abgeschlossen der Pubertät. Gut, angenommen, das ist so, dann ist das ein technischer Vorgang. Führt der nur Moral nach sich? Ich glaube, weniger. Da verstehe ich auch nicht ganz, was das mit Moral zu tun haben soll. F, dass es erlaubte, selbstgefährdende Dinge, zum Beispiel Alkohol, Fallschirmspringen, Motorradrennen, Rauchen, etc. gibt, hilft uns nicht in unserer Debatte, weil wir ein Unrechtmissstand nicht mit einem anderen Missstand ausgleichen können. Dazu habe ich schon was gesagt. Ausgleichen nicht, aber die Konsequenz. Und wenn du sagst, wir müssen aber staatshörig sein, aber der Staat selbst ist inkonsequent, nun ja, dann haben wir einen Fehler im Staat aufgezeigt. Und was man dann tun kann, habe ich auch schon erwähnt. Im Prinzip lässt sich jetzt auf vieles zurückführen, was ich vorher schon gesagt habe. Und ich glaube, alles einzuordnen. Und da hoffe ich nur, und das ist jetzt wirklich ein hoffender Appell, dass du, Frank, hier bei diesem Abriss auch trotzdem irgendetwas für dich mitnehmen kannst. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, erst recht als Hardliner, der so leidenschaftlich dabei ist. Und dazu muss ich ja sagen, auf der richtigen Seite. Dass du dagegen bist, spricht nicht dafür, dass du einfach ein Mensch bist, der anderen schaden möchte. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Gründe dafür sind absolut korrekt und richtig. Und hier muss ich mal eine Sache zu meiner Person erwähnen, damit ihr es noch besser einteilen könnt, wer hier spricht und warum. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Schluck Alkohol getrunken. Noch nie einen Schluck Alkohol. Lasst es euch da auf der Zunge zergehen. Ich habe nicht mal Moncherie gegessen. Ich habe es nicht in Medikamenten drin gehabt, in Hustensaft oder dergleichen. Das klingt jetzt wahnsinnig unglaubwürdig. Und ihr müsst mir auch gar nicht glauben. Ich sage es euch hier und ich weiß, dass ich es so getan habe. Und trotzdem habe ich kein Problem mit Alkohol. Ich glaube, ihr werdet wenig Menschen in eurem Leben finden, die noch nicht einmal probiert haben, die noch nicht eine Ahnung haben, wie Alkohol schmecken könnte. Das Gleiche gilt für Zigaretten. Noch nicht dran gezogen. Noch niemals. Und erst recht für alles, was an weiteren Drogen da ist. Wenn ich also noch nicht einmal bei Alkohol und Zigaretten das gemacht habe, dann könnt ihr euch vorstellen, wie meine Einstellung zu Medikamenten ist. Ich nehme kein Aspirin, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ich nehme so gut wie nie Medikamente. Habe ich schon ein paar Mal, da kann ich nicht sagen, nein, weil auch ich war mal krank und ich war auch mal im Krankenhaus und dergleichen. Aber selbst wenn ich erkältet bin, selbst wenn ich irgendwas ausbaden muss, selbst als ich zweimal eine Virusinfektion in den letzten drei Jahren hatte, habe ich keine Medikamente genommen. So sehr habe ich für mich selbst etwas dagegen. Aber nicht allgemein. Und ich hoffe, dass du einen ähnlichen Bezug dazu finden kannst und siehst, dass hier nicht einfach jemand ist, der salopp da drüber geht. Ich finde kein Problem mit Steroiden bei Leuten und finde auch kein Problem beim Alkohol, obwohl es wesentlich schlimmer ist. Nun ja, also das war ein langes Video und ich bin mal gespannt, ob sowas überhaupt hier ankommt. Werde aber damit auch das Buch so ein bisschen zumachen. Es gab mal einen anderen Kanal, auf dem ich das regelmäßig gemacht habe. Aber ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt und vor allem, ob euch sowas gefällt. Lasst es mich zwischendurch wissen. Abonniert den Kanal, wenn ihr mal wieder kürzere Videos sehen wollt und dann bis bald. Euer Gotti. 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 Euer Gotti.